Ein herzliches Willkommen zu Part 3 von Super Smash Bros. Ball! So, jetzt wollen wir mal weitermachen, Wolkenmeer. Jetzt habe ich auch das Bild besser angekriegt und der Ton wird auch noch besser, das spreche ich euch mal, hoffentlich. Okay, ich nehme auf jeden Fall zuerst das Kirby oder ein Zelda. Okay. Ja, ey! Äh, lalli, 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 okay. Uua! Okay. Uua! Ich glaube, dass ein Bus kam. Und gegen wen? Waa! 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 Eihal in Lutsch m die Stärken denn das die Kölner und Bombe die Und... Komm her, Tschülfisch. Was soll denn das? Wieso kriege ich ihn nicht down? Alter! Ich habe ihn leicht nicht normal. Na, merken wir mal, wo sie ein Lüben bin. Was machst du? Was ist denn hier so schönes denn? Oh, ein extra Leben! Oh, ihr Dinger! Oh Gott, tschüss, total, Alter! Hast du ein Problem? Maki Tomaten! Tschüss! Dankeschön, dass du jung bist, ein komisches Vieh! Du sollst da hoch! Mensch, Kirby! So, na Gott, der schmiert Zwischenpause! Hallo, du doofes Vieh! Nein, versuch's mir jetzt nix mehr! Haha! Ich saug den Lebenskraft raus! Und tschüss! 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 Erst Container! Yeah! Sogar zwei! Na toll, nützt mir überhaupt nix! Tschüss! 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 Es ist da oben noch was? Cool! Ja, was ist denn da? Was machst du? Nein, Kobi, Kobi! Nein, Sarah Au! Sie lefvertiert man sich, das weiß ich nicht mehr. Schick! Schick! Sie lefvertiert man sich. Schick! Schick! Tschöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Ja, Dinger seid aber nervig. Also, ich mach mal kurz die Steuerung. Nicht hier verträglich. Ach, verschwindet doch mal! Tschüss! Hallo! Ah, okay. Nein! Hier wollte ich doch gar nicht hin. Ich weiß doch gar nicht mal wohin. Du bist schief. Ja, danke schön, danke schön. Danke für eure schöne Aufmerksamkeit. Ja, hallo! Guten Tag! Ich werde mal kurz die Portal kaputt machen. Ja, jetzt soll ich nicht hingehen, wenn da diese Teile sind. Ja, verschwindet doch einfach. Boah ey, dafür, dass ihr so klein seid, der war ganz schön stark. Jetzt geh doch mal kaputt, du doofes Portal! So. Weiter geht's. Ja, komm her, komm her, ja! Pilze im Burg! Ey, ey, ey! Quatsch! Da ist eigentlich gar nichts. Okay. Ja, hinweg, ne, ich schmeiß mich schon. Wow, was hat denn das mit dem los? Ach, ne, nicht das Teil. Dann auch mit Zelda, oder Chic. Na, jetzt ist das Zelda. Obwohl, die ist ganz schön stark. Geschafft! Geschafft! Mitna und... Wolf... Link... Cupit... Ah, nee, okay. Faz. Kula. Ich stelle. Ich stelle. Ich stelle. Ich stelle. Das ist so klein. Ich stelle. Marino, ich stelle. Die istick, mauerin, die ist intrin. cuz...